Bevor Sie dieses Buch genießen, weisen wir darauf hin, dass es sich um einen unveränderten Text aus dem 18. Jahrhundert handelt. Einige Passagen entsprechen vielleicht nicht den aktuellen Normen der Gesellschaft und Wissenschaft. Taschenbuch für Freimaurer und auch für solche, die es nicht sind. Aus dem italienischen, nebst einer Zugabe aus der höheren Philosophie. Zum Nachdenken. Frankfurt und Leipzig bei Johann Georg Fleischer, 1780. Gelesen von Audiobooks. Meinem Freunde und Ordensbruder P. von F. gewidmet. Philosophie war den Alten Weisheit. Uns ist die Wissenschaft. Die Weisen des Altertums schrieben aus Liebe zu ihren Mitmenschen. Die Schriftsteller unserer Welt schreiben aus Liebe zu sich selbst. Auch sie sind keine Weisen. Wer an ein Lampenlicht gewöhnt ist, drückt die Augen bei dem Sonnenlicht dazu. Die ungewohnte Helle schmerzt ihn. Deswegen arbeiten Bergleute lieber unter der Erde als über derselben. So geht es auch bei den meisten Menschen in der moralischen Welt. Gewohnheit macht uns zu Knechten und verleitet uns zum Übermaß. Und doch liebkosen wir sie. Das geschieht wegen ihrer genauen Verwandtschaft mit der Trägheit. So küssen die Bassen den Seidenstrick, den ihnen der Sultan zuschickt. Wenn man die Materie reinigt und verfeinert, so wird Glas daraus. Mithilfe des Glases lesen wir am Himmel und in der kleinsten Körperwelt. Wie weit sollte der nicht schauen können, der alle seine Mühen auf Reinigung und Erhöhung seines Geistes wendet. Die vielen falschen und schiefen Urteile der Menschen und in Sonderheit ihrer Raserei vom Besondern auf das Allgemeine zu schließen und aus wenig Tatsachen als bald Grundsätze abzuziehen, führt auf den Gedanken, dass der jetzige Mensch für abgezogene Begriffe zu schwach, zu eingeschränkt, zu voreilig sei. Der scharfsinnige Herr Beili sagt in seinen Briefen an Voltaire, Wer ein Bauernhaus sieht, das von Kieselsteinen gebaut ist und hin und wieder Stücke von schönen Säulen wahrnimmt, wird als bald schließen, dass es Reste irgendeines älteren, prächtigeren Gebäudes sein müssen, welches ein geschickterer und älterer Baumeister aufgeführt hat, als die jetzigen Einwohner des Bauernhauses sind. In einem solchen Zustande finden wir die Wissenschaften bei den Orientalern. Dasselbe Gleichnis passt vortrefflich auf die jetzigen Menschen. Die körperlichen Bedürfnisse des Menschen sind einfach und in geringer Anzahl. Nahrung und Decke. Aber der körperliche Mensch hat sie so sehr vervielfältigt, dass aus zwei Tropfen ein Ozean geworden ist, worin sich Nationen ersäufen. Die wahre Erkenntnis ist geistig. Ihre Quelle ist seit der Weltanfange reicher geworden und die daraus schöpften, sind weiser als die alten waren. Ganz verschieden davon ist Gelehrsamkeit und was man gewöhnlich unter Wissenschaften versteht. Diese haben abgenommen. Je mehr sich die Gelehrten von der einigen wahren Quelle entfernen, je mehr hüllen sich ihre Kenntnisse in Dunkelheit ein. Ihre Wissenschaft ist Aufzählung einzelner Erfahrungen ohne die Ursache zu wissen und historische Kenntnisse von den Meinungen anderer Gelehrten. Der Weise ist ein Mann, der mit den Füßen die Erde berührt und mit dem Haupte bis in den Himmel reicht. All dieweil Erdbeschreiber und Statistiker unsere Kenntnisse erweitern, werden sie von den Philosophen verengt. Sie reißen den Menschen aus dem erhabenen, wohltätigen Zusammenhange mit der Geister- und Körperwelt heraus und heften ihn an das Stück Erde an, welches er bewohnt. Aristoteles' sinnliche Philosophie hat viele heidnische, mohammedanische und christliche Schulen materialisiert und der Barbarei zugeführt. Die sinnlichste Religion muss in unseren Zeiten die meisten Lobsprüche erhalten. Nicht die, welche durch viele Zeremonien mit dem Sinnen spricht, sondern die ganz auf das unmittelbare Zeugnis der Sinnen gegründet ist. Auch grenzt sie am nächsten an Philosophie und ihre Geburten. Ein Volk kann in Künsten und Wissenschaften sehr erfahren sein und als aufgeklärt gerühmet werden und doch im Grunde unwissend sein. Seitdem Thomasius die Existenz der Hexen und Gespenster geleugnet hat, ist ihm die ganze gelehrte Welt beigefallen und in neuern Zeiten hat man auch den Teufel aus der Bibel und der Welt hinausgejagt. Ist dieses aus vollkommener Kenntnis des möglichen und wirklichen Einflusses der Geister in den Menschen geschehen? Man sollte es vermuten. Aber nichts weniger. Man ist zugefahren und hat diesen Einfluss schlichtweg geleugnet und einen Cordon zwischen der Geister- und Körperwelt gezogen, den viele tausend besoldete Gelehrte bewachen. Gefühlte Bescheidenheit ist von wahren Verdiensten und reellen Kenntnissen unzertrennlich. Der Unterscheidungston und die Selbstzufriedenheit ist das Erbteil der Unwissenden. Weil der Zergliederer keine Ursache von der Einwirkung der Einbildungskraft auf den Körper und das Kind im Mutterleib in den körperlichen Teilen findet, so leugnet der aufgeklärte Arzt die Möglichkeit der Muttermale. So hat schon so mancher Metaphysiker und Physiker sogar a priori Begebenheiten verworfen, weil er ihre Ursachen nicht hat begreifen oder in sein System einpassen können. Wenn es keine Geister gäbe, so wäre es unerklärbar und unbegreiflich, wie die Idee von Geistern bei den Menschen hätte aufkommen und entstehen können. Was der Mensch sieht, hört und fühlt und schmeckt und riecht, ist alles Materie. Wie kann er denn von sich selbst auf den Begriff eines Nicht-Materiellen, also eines für ihn nicht existierenden Wesens gekommen sein? Es gibt nur einen festen Grund, auf welchem wahre Kenntnis zu einem regelmäßigen, dauerhaften und schönen Tempel können aufgebaut werden. Nicht Juden allein haben ihn aufgebaut, nicht Christen allein kennen ihn. Das Kreuz war dem Eingeweihten in der Ägypten heilig. Sie mussten es ständig tragen und glaubten, dass das aufgerichtete Kreuz ihren Geheimnissen ein Ende machen würde. Bei der Zerstörung des ägyptischen Seraphiums wurde im Tempel eine Hieroglyphe gefunden, welche das dreifache Zeichen des Kreuzes vorstellte, mit der Überschrift Das Leben wird durch dieses Zeichen in die Welt kommen. Die senisischen Missionare sagen in den übersetzten Abhandlungen, Wir könnten leicht zeigen, dass die Hoffnung und der Glaube an den Messias unseren Väter nahe gewesen sei, dass die Hoffnung und der Glaube auf einen göttlichen Erretter in unseren alten Denkmälern mit hellen Zügen gemalt sind. Die drei Weisen aus dem Morgenland kannten den Stern und folgten ihm. Sie suchten und fanden den Messias. In Lukas 9 findet man Wundertäter im Christi Namen, Christen, die Christus nicht folgten und von ihm nicht unterrichtet waren. Die britischen Droiden, Pythagorea, haben vor allem christlichen Mönchen existiert. Der Mensch als Tier Sollte man es wohl für sehr möglich halten, dass der Mensch, der stolz der Schöpfung, sich freiwillig und wissentlich bis zum Vieh herabwürdigen könnte, dass es notwendig sei, ihm seine Größe vorzumalen und seine unvergleichbaren Vorzüge vor dem Tiere zu beweisen, und das in dem sogenannten philosophischen Jahrhundert. Der Mensch ist her auf Erden. Als her führet er sich auf und als ihren Herrn erkennen ihn die Tiere. Er zwingt Elefanten und Tiger ihm zu dienen und selbst der König der Meere ist für ihn nur ein Handelsware. Nicht den überwiegenden Kräften seines Leibes hat er seine Herrschaft zu danken. Viel schwächer als der Bär zwingt er ihn an einem Stecken zu tanzen. Sein Geist gibt ihm die Vorzüge, die er hat. Er weiß alles, was in der Natur ist, zu seinen Zwecken zu gebrauchen, und Tiere selbst müssen ihm dienen, Tiere zu fangen. Im Spaß lässt es sich wohl sagen, dass der Mensch, der den Bären führt oder den Ochsen oder den Esel treibt, nicht klüger als Bär, Ochs und Esel sei. Aber im Ernste hat noch kein Bär einen Menschen am Stricke tanzen machen. Aber ein entscheidender Beweis ist der, nur der Mensch kann Lehrmeister sein. Der geschickte Bär, der gesprächige Papagei, wenn er in Freiheit ist, hat noch nie einen Schüler gezogen. Akademien und Schulen hat auch der aufmerksame Naturforscher bei den Tieren noch nicht gefunden. Noch nie haben wir von Preisen unter Tieren gehört, Die neuen Erfindungen wären gegeben worden und aller Mühe ungeachtet, welche die Menschen an sie gewendet haben, ist keines von ihnen seit dem Anfange der Welt so viele tausend Jahre hindurch um einen Grad klüger, gescheiter und aufgeklärter geworden. Auch ihr Nachahmungsgeist entwickelt sich nur unter den Menschen. Die bildliche Vorstellung, die gleiche oder ähnlich Handlungen verursacht, ist nur vorübergehend. Es ist kein Geister, der sie fixiert, sich zu eigen macht, als Materialien verarbeiten und zu seinem Zwecke anwendet. Aller Lobsprüche ungeachtet, die wir der Geschicklichkeit des Affengeschlechts geben, ist die Ähnlichkeit mit Affen unter uns noch kein Lobspruch geworden. Man verfolge doch den Menschen vom ersten Hüttenbau bis auf Roms Paläste und Kirchen. Von der ersten Ringmauer auf Specklings und Vaubons Festungsbau. Von der ersten Kriegskunst bis auf die preußischen Manöver. Von der ersten Kleidung und Nahrung bis auf die parisische Küche und Garderobe. Von dem ersten hohlen Baum bis auf ein Linienschiff. Und dieser Mensch soll nichts als ein vollkommenes Tier sein. Und das Tier soll auch nur ein Stäubchen, ein Quäntchen vom menschlichen Geiste besitzen. Was wir bisher von dem Menschen angeführt haben, betrifft nur sinnliche Gegenstände. Wie aber, wenn wir ihm in seiner Religionsbegriffe folgen, in die erhabenen Lehren von Gott, von seinen Absichten und Taten, von dem Dienst, den wir ihm leisten sollen. Von den Opfern und Gebeten. Wenn wir auf den Schwung seiner philosophischen Kenntnisse der übersinnlichen geistigen Gedanken und Schlüsse merken, der manchem entwöhnten, ausgearteten, fast möchte ich sagen, verkörperten Menschen so schwer zu begreifen fällt. Wie weit muss nicht da das klügste Tier zurückstehen, dessen Überlegung nur auf die Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse, auf Erhaltung, Existenz und Fortpflanzung sich erstreckt? Soll es möglich sein, dass der Mensch dessen Geist die engen Schranken der Körperwelt verlacht, das Unsichtbare, Übersinnliche kennt und beurteilt, der allein den Vorzug der Sprache hat und die Macht der Rede täglich seinen Mitmenschen beweist, seiner Hoheit so sehr vergessen, sich so sehr erniedrigen, in die Materie hat verlieben und versenken können, um sich mit dem Tiere in eine Klasse zu setzen und den Unterschied nur in einer größeren Vollkommenheit anzugeben. Ja, der Mensch ist ein Tier. Er hat sich leider das Unglück zugezogen, der tierischen Natur teilhaftig geworden zu sein. Aber er ist auch Mensch und das, wodurch er Mensch ist, wodurch er bis zum Engel, bis zu Gott hinaufsteigen kann, das hat kein Tier. Das hat er mit keiner Kreatur gemein. Er allein ist eben Bild Gottes. Der Beweis davon liegt in ihm. Ewig und endlich Woher haben wir die Begriffe von Ewigkeit und Unsterblichkeit? Woher? Hören Sie die Antwort unserer Lehrer? Wenn wir zwei Bäume sehen, zum Beispiel eine Eiche und einen Apfelbaum, so geben uns diese die Idee von der Art und Gattung. Sie sind Bäume, aber nicht dieselben Bäume. So steigen wir von dem Einzelnen bis zu den abgezogenen Begriffen hinauf. Wenn wir einen kleinen Raum sehen, einen anderen Raum darzusetzen und diesen auch wieder vermehren, So sehen wir endlich die Grenzen desselben nicht mehr und bekommen den Begriff des Unendlichen. Wenn wir einen Zeitraum von vielen Jahren mit einer anderen Zeit vermehren, um so immer hinzusetzen, bis wir das Ende derselben nicht mehr gewahr werden, so haben wir den Begriff der Ewigkeit. Freilich, beide Begriffe sind unvollkommen, aber doch auf ihre wahre Entstehung gegründet. Ist das wohl so wahr, als man es dafür ansieht? Zum wenigsten so sinnlich, als man es nicht in metaphysischen Kenntnissen suchen sollte. Warum kleben wir doch so feste an der Materie, dass wir uns auch in höheren Wissenschaften nicht davon losreißen können? Ich kann nun nicht auf die ersten Grundbegriffe von Geist und Materie zurückgehen. Nur von dem Unendlichen und Ewigen will ich einiges hinwerfen. Das Geschaffene ist das Maß des Raums. So wie das, was geschieht, Taten und Handlungen das Maß der Zeit sind. Millionen Räume sind noch Millionen weit vom Unendlichen entfernt, sowie Millionen Jahrhunderte vom Ewigen. Aus Zusammensetzung können also die wahren Begriffe des einen und des anderen nicht entstehen. Der Gang des Geistes in diesem ganz entgegengesetzt und muss es sein, wenn Wahrheit in diesem Ursprung und der Bestimmung des Menschen sein soll. In allem, was materiell ist, oder aber was die Menschen erfunden haben, ist der synthetische Weg der beste. Denn das ist der Weg der Materie. Ohne diese sind unsere Wissenschaften nichts als Geschichte der Meinungen derer, die sie bearbeiten. Was aber vom Geiste kommt, muss, um wahr zu sein, aus der Quelle herausgeschöpft werden. Der Begriff des Unendlichen und des Ewigen liegt in unserem Geiste und ist der Grund unserer Urteile. Wir stellen uns einen unendlichen Raum vor, in welchem wir gewisse Grenzen abstechen, um das Endliche daraus zu bilden. Wir schneiden in das Ganze und denken uns einen Raum als ein Stück des Unendlichen. Wer hat sich wohl jemals einen Begriff eines Raums gemacht, an welchem nicht noch ein anderer Raum grenzte? So auch bei der Ewigkeit. Vor das erste Jahr denken wir uns schon eine Zeit hin oder vielmehr etwas, woraus wir die Zeit gleichsam herausschneiden. Wir können uns ebenso wenig einen Zeitanfang als einen bestimmten Raum denken, ohne vor diese Zeit und Raum schon eine andere Zeit und Raum in unserem Geiste hinzuzusetzen. Die wir zu unserem Zweck gleichsam abstechen und herausnehmen, um dem einen Anfang zu geben, welches eigentlich keinen Anfang haben sollte. So wären auch die übrigen abgezogenen Begriffe ein in unserem Geist liegendes Maß, das wir auf die vorliegenden und vorkommenden Gegenstände auftragen, um sie danach abzumessen und zu beurteilen. Eine Vermutung von den Ursachen der Verschiedenheit unter den Menschen. Was auch Helvetius von der angeborenen Gleichheit menschlicher Gaben und Fähigkeiten philosophieren mag, zerstört nicht den in die Augen fallenden Unterschied derselben bei gleichen Umständen und gleicher Erziehung. Woher kann aber die angeborene, nicht erworbene Verschiedenheit kommen? Vielleicht verbreiten folgende Anmerkungen einiges Licht über diese Materie. Nicht alle Menschen sollten dasselbe Gesetz auf dieselbe Art erfüllen. Diese Verschiedenheit bestimmte die verschiedenen Gaben und Fähigkeiten. So wie wir einem Minister mehr Talente geben würden als einem Schreiber, so bekam jeder Mensch dasjenige Maß angeborener Geisteskräfte, die ihm zu seiner Bestimmung notwendig war. Aber freilich entwickelten sie sich durch den rechten Gebrauch und Wegschaffung aller Hindernisse. Daraus entsteht eine neue Verschiedenheit, die ganz allein auf die Rechnung des Menschen gesetzt werden muss. Die angeborene Verschiedenheit der menschlichen Geisteskräfte musste durch die gezwungene Vereinigung mit einem materiellen Körper noch größer werden. Denn eine Menge Ideen hängen von der Organisation des Körpers und der Beschaffenheit seiner Sinne ab. Auch das Aufbewahren dieser Ideen ist zum Teil materiell, weil der Mensch gar wohl ein doppeltes Gedächtnis, ein geistiges und ein körperliches haben könnte, wovon nur das erstere nach dem Tode fortdauerte. Wenn der Mensch die gesammelten Ideen anwenden und hervorbringen will, so braucht er wieder den Körper dazu. Mit dessen Hilfe muss er reden und handeln. Schade ist es, dass wir das Rätsel der Verbindung des Geistes mit dem Körper nicht kennen. Vielleicht könnten wir daraus noch manches erklären und die Ursachen der Verschiedenheit bei Menschen in ein helleres Licht setzen. Optimismus Das Sprichwort sagt, es gäbe keine schönen Gefängnisse. Der Begriff der eingeschränkten Freiheit zerstört die Schönheit, eine Schönheit, die wie die Größe bei uns nur relativ ist. Der Mensch ist in dieser Welt als einem Gefängnisse. Sein Geist und sein Wille sind eingeschränkt. Hindernisse anderer Natur halten ihn von dem Schwung zurück, den er sich geben möchte. Seine Wohnung ist ihm ein Rätsel. Mit lauter stummen Gegenständen umgeben bleibt jede Frage ohne Antwort. Der Himmel mit Sternen übersät, ist er nicht das vergoldete Gitter seines Kerkers? Wozu der regelmäßige Lauf der Planeten? Woher die sonderbaren oft schrecklichen Erscheinungen gegen welche uns Gelehrte aus unsicheren Gründen zu stehlen suchen? Alles ist für uns ein Geheimnis. Das Gegenwärtige kennen wir nicht. Die Zukunft ist uns verschlossen. Das Vergangene können wir nicht erklären. Wir selbst sind uns ein Rätsel. Beständiger Kampf und Widerspruch quält uns. Wir wollen und tun nicht. Wir tun, was wir nicht wollen. Wir kennen äußere Gegenstände nur aus den Fesseln, die sie uns anlegen und dem Leiden, dass alle ihre Freuden nicht abwägen können. Wir fühlen, dass die Liebe und Ruhe für uns Glückseligkeit wäre und beide entfliehen uns. Hass oder Gleichgültigkeit füllen die Stelle der Liebe und Ruhe und Frieden kennen wir oft nur als fromme Wünsche. Und die Welt, dieser Körper, diese Lage soll zwecks, soll Ziel der höchsten Weisheit, soll Belohnung, soll Glück sein? Sie ist Gefängnis, Strafe, Mittel. Der Zwang soll unsere Kräfte anspornen, unsere Wünsche entflammen, unser Bestreben verdoppeln, um die Schlüssel des Kerkers zu erhalten, die uns die Tore der ewigen Wohnung wieder aufschließen. Angenehm ist es immer, wenn Dichter und Redner uns mit den Schönheiten auch unseres Kerkers bekannt machen. Es ist Zeitvertreib für den Augenblick. Es ist Gelegenheit zum Dank gegen den Schöpfer, der uns als Vater kraft und auch in unser Gefängnis um und umirdische Güter Ursachen der Freude gelegt hat. Aber dass Theologen die Lehrer geistiger Weisheit, die Mittler zwischen Gott und den Menschen, dass diese ihres erhabenen Standorts uneingedenk, Menschenfreuden sinnliche Vergnügungen predigen, dass sie helfen den armen Menschen, der sich gerne mit der Materie vermischt, noch tiefer in die hineinzudenken und seine Aufmerksamkeit von dem unsichtbaren geistigen erhabenen seiner Bestimmung abzuziehen. Das ist Epoche menschlichen Verderbens, das ist Frevel und Verbrechen. Etwas über die Freiheit Wer einen Gefangenen, einen Sklaven fragte, was er wünscht, würde gewiss zur Antwort bekommen, die Freiheit. Und vielleicht kennen diese Knechte die ganze Kraft, die in diesem Worte steckt, erst seitdem sie der Freiheit entbehren müssen. So spricht der Untertan eines Despoten, oder wenn er nicht sprechen darf, so seufzt er mehr nach Freiheit, als der Bürger einer Republik. dieser Beobachtung zufolge würde das größere oder kleinere Geschrei nach Freiheit den größern oder mindern Mangel derselben anzeigen. Wir wollen den Faden dieser Reflexionen verfolgen und bis zum Freiheitstrieb und seinem Ursprung hinaufsteigen, um zu sehen, ob sich nicht einiges Licht über diesen Gegenstand verbreiten lasse. Der Mensch ist überall eingeschränkt. Er möchte den Himmel messen, die Sterne bereisen, aber sein schwerer Körper heftet ihn an die Erde. Er ist der Glückseligkeit fähig und tausend Hindernisse entfernen ihn davon. Er fühlt Ruhe beim Wohltun, Zufriedenheit bei gerechten Handlungen und mehr oder weniger sieht er sich in seinem Willen, sie zu erlangen, eingeschränkt. Bisweilen durch seine eigene Schuld. Dann schreit er am meisten, um die Unruhe, die bei ihm innere Vorwürfe erzeugen, zu überschreien. So gerät er am ersten bei seinem Wortwechsel in Hitze, der die Schwäche seiner Gründe fühlt. Wenn er auch nicht schreit, so wünscht er doch und macht Pläne und Projekte, deren Ausführungen aber nur noch den Hunger vermehren und die Unzulänglichkeit der Mittel beweisen. Die gewöhnlichsten Fessel des Menschen sind seine Sinne und sie bleiben Fesseln, wenn sie auch Poeten und Schöngeister noch so sehr mit Blumen überstreuen. Auch der seidene Strick der Türken ist ein Strick und die Hörner und Boxfüße eines Saattürs verschwinden nicht unter der prächtigsten Einkleidung. Jeder Mensch fühlt sich gefesselt, aber nicht jeder gleich stark und nicht jeder will die Art seiner Fesseln kennenlernen. Er entfernt seine Untersuchung, die seinen niederen Fähigkeiten Missvergnügen erweckt und wie ein Kind gefällt er sich mitten in der Gasse, schlägt mit beiden Händen drein, jauchzt und lacht, wenn er sich von untern bis oben bespritzt und besudelt. Das Schlimme dabei ist, dass die Sinnen einen gewissen Grad Sättigung ertragen und der Genuss körperlicher Freuden einen unangenehmen Geschmack zurücklässt. Daher fühlen sinnliche Menschen die Schwere der Fesseln zu gewissen Zeiten nur umso mehr und dann schreien sie nach Freiheit und weil sie sich nicht die Mühe geben den Grund dieses Triebes zu untersuchen und die Mittel ihn zu befriedigen zu erfahren so setzt sie die Freiheit in nichtswürdigen elenden Dingen die auf ihre Beschäftigung und Lebensart sich beziehen und meist die Fantasien bestehen zum Beispiel zu tun was sie wollen sich nach Willkür zu kleiden alles zu kaufen und zu besitzen was ihnen gefällt allen Mutwillen zu betreiben solange am Tisch zu sitzen zu trinken zu schlafen als sie wollen daraus entsteht die Universitäts Freiheit die Republik Freiheit die Soldaten Freiheit die schriftstellerische Freiheit die Rezensenten Freiheit auch nach einiger Erklärung eine Art politische und christliche Freiheit aus derselben Quelle fließt auch die Meinung man müsse nachdenkliche melancholische Personen zerstreuen und in den Taumel zurückführen woraus sie eine geheime wohltätige Stimme herausruft um sie auf wichtigere Gegenstände auf ihre wahre Bestimmung aufmerksam zu machen Es ist sich also nicht zu verwundern wenn bei der Antwort nur der Weise ist frei auch wenn er in Ketten liegt und kaum sein Leben erhalten kann die Modegesellschaften angenehmer süßer Herren in hohen Gelächter ausbrechen und die Alten mit ihren Chimären auszischen Wie resümiert denn der Modephilosoph von der Freiheit Der Mensch sagt er bildet sich entweder aus sich selbst und da hängt er von seiner Konstitution von seinem Nervensystem ab oder er wird durch äußere Gegenstände gebildet Diese wirken unmittelbar auf ihn durch Unterredung Lektüre und durch die sinnliche Vorstellung der Dinge oder er denkt über sie nach und bildet sich Grundsätze und Systeme durch Reflexion Die Materialien zu der Überlegung und dem Nachdenken müssen aber von den äußeren Gegenständen geborgt werden Da aber seine Lage seine Umstände nicht von ihm abhängen So ist er auch nicht Meister seiner Reflexion sondern er muss das sein was er in seinen Umständen und nach seinem Bau Temperament und dergleichen sein philosophiert er uns die edelste aller Empfindungen weg und baut den kühnen abenteuerlichen Schluss auf dieses Räsonnement dass der Böse ebenso notwendig sei als das Gute dass der Mensch Sklave und nicht Herr sei in der Natur und dass er weder Belohnung noch Strafe wegen der Notwendigkeit seiner Handlungen verdiene Es ist wahr dass einige den Mangel der Freiheit durchaus nicht bis auf die Handlungen des Menschen ausdehnen wollen und sich mit der Definition in metaphysische und moralische Freiheit aushelfen und nur jene leugnen Sie berufen sich um diese zu verteidigen auf das innere Gefühl der Freiheit bei jeder vorkommenden Handlung welches kein vernünftel weg resonieren kann Es ist jetzt nicht mein Zweck die Schwäche der metaphysischen Gründe wieder die Freiheit zu zeigen Nur aufmerksam möchte ich den Philosophen auf die Eingeschränktheit seiner Einsichten und die nötige Bescheidenheit im Behaupten und Schließen bei übersinnlichen Materien machen Wie oft hat der Mensch schon die Grundsätze die er für die festgegründetsten hielt durch widrige Erfahrungen umstoßen sehen So war es in der Medizin demonstriert dass der Kampfer an hitzigen Fiebern durchaus schädlich seiweiler unleugbar hitzt Ein Waagehals oder Unwissender versuchte es gleichwohl und kurierte Man wiederholte die Erfahrung und sie bestätigte sich Wie das Reimen Alte Praktiker fahren fort gegen den Kampfer zu deklamieren Sie setzen Zweifel in die Beobachtungen und verwerfen sie a priori Jüngere Ärzte die noch nicht mit einer so dichten Systemgruft umwachsen waren untersuchten die Ursachen dieser Erscheinung und fanden dass man zu eilfertig im Schließen gewesen war Hitzige Fieber kommen oft von Verstopfung in den kleinen Gefäßen her Der Kampfer versteckt den Umlauf des Blutes treibt die Hindernisse weg und hebt also die Ursache des Fiebers So braucht man nun auch die China Rinde in Entzündungsfiebern mit gutem Fortgang Wie oft ist man in der Physik und Chemie in dem selben Falle gewesen und das sind doch die Wissenschaften die sich nur mit sinnlichen Gegenständen beschäftigen Wie behutsam wie bescheiden soll nach solchen vielfältigen Erfahrungen nicht ein Metaphysiker sein Zugabe oder Anhang zum Taschenbuch für Freimaurer Lehren der Weisheit Ihr alle die ihr die Erde bewohnt fallet nieder in dem Staub und merket auf die Lehren der Weisheit vom Aufgang bis zum Niedergang der Sonne von Libyens Feuerstrom bis zu der Pole Eismeere der Ohren hat zu hören und Verstand zu fassen der Empfange aus dem Munde der Wahrheit die Vorschrift seines Lebens Gott ist die erste Ursache aller Dinge unumschränkt ist seine Macht unendlich seine Weisheit und seine Güte ist ohne Grenzen er spricht und in Ehrfurcht gehüllt gehorcht die ganze Natur er ist die Urquelle alles Guten er ist Leben und Licht ein Licht gegen welches selbst Sonnenlicht Finsternis ist Harmonie und Schönheit hat seine Hand über die ganze Schöpfung verbreitet jedes seiner Werke verkündigt Weisheit merke auf oh Mensch betrachte und lerne Gott ist es der dich aus dem Nichts hervorgerufen hat er schuf dich zu seinem Bilde die Welt war dein Königreich du vergaßest deines Wohltäters du nahmst deinen eigenen Willen zur Richtschnur deiner Handlungen und in Sterblichkeit gehüllt bekamst du diese Erde zur Wohnung doch auch dieser vergängliche Wohnsitz ist ein Beweis der unermesslichen Güte des erzürnten Vaters du bist mit einer zahlreichen Menge von Gütern umflossen die dir deine Strafe erleichtern die Natur ist ein Lehrmeister geworden jeder Schritt den du tust jeder Atemzug ist Unterricht merke auf oh Mensch auf die Stimme die dich zum Leben ruft der Weg ist geöffnet der zur Vollkommenheit führt sei längsam und du wirst ihn finden du wirst kommen auf den Weg der Freude und Ruhe und Frieden werden deine Gefährten sein gehe in dich selbst sehe in dein Innerstes und fühle deine Bestimmung erforsche deine Kräfte deine Bedürfnisse deine Abhängigkeit wie ein heller Lichtstrahl wird dir diese Untersuchung den Weg des Lebens zeigen nach deiner Bestimmung richte deine Handlungen ein sie sei dein Sehpunkt den du nie aus den Augen verlierst wenn du sprichst so spreche nicht wie ein Unbesonnener der sich in seinen eigenen Worten wie in Fallstricken verfängt sei tätig aber handle nicht wie ein Tor der über eine Hecke springt und auf der anderen Seite in den Graben fällt den er nicht gesehen hat Bescheidenheit ist für die Tugend was der Schleier für die Schönheit ist sie erhöht den Glanz Demut ist die erste Stufe zur Weisheit und wer bist du denn dass du dich einen weisen nennen darfst und auf deine Kenntnisse Trotz wird ein Maulwurf die Geheimnisse des Sternenhimmels enthüllen Eigensinn ist der Gefährte des Hochmuts und eine Strafe die Eigenliebe ist ein Feuer das durch Weihrauch unterhalten wird aber dieser Priester lacht in seinen Herzen über den einbildischen Götzen und mästet sich von seiner Torheit Der Tag den du zurückgelegt hast kommt nicht wieder dein Tod kann dem morgenden Tag voreilen so benutze denn den Augenblick der dein ist ohne dich nach dem Vergangenen zurückzusehen noch zu weh auf den künftigen zu zählen der jetzige ist dein der werdende liegt noch im Abgrund der Zukunft weißt du denn ob er für dich zum Dasein hervorgerufen werden wird Entschluss und Ausführung folge schnell aufeinander verschiebe nicht auf den Abend was du in der Frühe noch tun kannst der träge ist sich selbst zur Last Mangel an Bewegung macht seinen Körper zum Handeln untüchtig die Kräfte versagen ihm ihren Dienst sein Geist bleibt verfinstert seine Begriffe sind Verwirrung er fürchtet sich vor der Arbeit und begnügt sich den Wissenschaften nach zu seufzen ihm oder aus ihr den heilsamen Saft heraus zu pressen erhebe dich aus dem Staub erhöhe deine Seele und sei deiner würdig sehe die stolze Eiche die bis an den Himmel reicht und ihre Äste in den Wolken verbirgt eine Eichel war sie im Schoße der Erde nach Eiferung entflamme dein Mut die Weisheit der Welt sei in ein Sporn deinen Bemühungen sehe dich nicht bestehen sie wohnen an sumpfigen Orten und bereiten deinen Schritten Verderben suche nicht in kleinen Zirkeln zu glänzen arbeite für die Ewigkeit und Zufriedenheit wird dein Lohn sein sei nicht neidisch auf anderer Ruhm Neid ist das Eigentum kleiner Geister und magerer Verdienste das Beispiel großer Männer sei die Ermunterung zur Weisheit auch sie waren Menschen und ihr Gott ist der über deine Zunge mit Vorsicht öffne deinen Mund ein einziges Wort ermordet oft deine Ruhe sei sparsam aber nicht karg benutze den Morgen deines Lebens als ein kluger Haus Vater der Abend ist zum Ausruhen gemacht deine Ergötzlichkeiten seien immer in Verhältnis mit deinen Glücksgütern die Kosten sollen nie ihren Wert übersteigen werde nicht unvorsichtig im Glück noch verschwenderisch im Überflusse der Reichste ist arm wenn Ausgaben Einkünfte übersteigen gib reichlich den Armen bedenke wie viele darben damit du reich seist hüte dich vor Argwohn und Leichtsinn setze deinen Freund auf die Probe hat er sie ausgehalten so verwahre ihn als ein Kleinot in dem Innersten deines Herzens Gefahr die Eitelkeit deiner Wünsche und Absichten und aus Liebe zu dir erhört es sie nicht du fühlst Unruhe du seufzt unter der Last der Trübsale spüre ihren Ursachen nach vielleicht wirst du sie in deiner Torheit in deinem Gleichmut in deinen Leidenschaften in deiner erhitzten Einbildungskraft finden du preisest jenen Menschen glücklich beneide ihn nicht sein Glück ist nur ein gemalter Vorhang der tausend Sorgen deckt Zufriedenheit ist der größte Schatz Reue darf sich ihr nicht nähern der Mittelstand oder der Stand des Weisen unbeneidet und unverfolgt sieht er von Ferne den Schattenspielen der Eitelkeit zu und eilt Balsam in die Wunden zu gießen die Eigennutz und Herrschsucht dem Niedrigen schlägt solange du hier auf Erden bist so erwarte keinen reinen ungemischten Genuss Die wahre Glückseligkeit ist in einem Becher verwahrt an welchen sterbliche Lippen nicht reichen können Er ist die Belohnung der vollendeten Tugend Erst in der Ewigkeit wird er ausgeteilt und am Ende der Laufbahn deren Ziel er war Ein heller Geist in einem gesunden Körper Dies Glück grenzt am nächsten an das Gebiet der Vollkommen Hat dir der Himmel diese Vorzüge geschenkt was sie dir rauben können Wenn üppige Verschwendung die Tafeln überdeckt Wenn der Wein im Glase glänzt Wenn die Wollust dicht anlacht Dir winkt Osoflie Rufe um Hilfe Du stehst am Rande des Verderbens Schnell läuft die Zeit vorüber Das Alter verdrängt die Jahre der Jugend Langeweile Verdruss und Mutlosigkeit folgen auf die genossenen Vergnügungen Die stumpfen Sinne bleiben unempfindlich bei den reizbaren Gegenständen und der der eben Priester war wird nun das Opfer und leidet die gerechte Strafe missbrauchter Gaben Aber wer ist jene muntere Jungfrau die mit leichten Füßen über die grüne Wiese herhüpft Ihre Haut ist gefärbt wie die Rose Auf ihren Lippen ruht frische Morgenröte Unschuld Freude und Bescheidenheit beleben ihre Augen Sie singt ein Lied so fröhlich wie ihr Herz ist Ihr Name ist Gesundheit Sie ist eine Tochter des Fleißes und der Mäßigkeit Ihre Brüder wohnen in den Gebirgen des Nordens Stark tätig und voller Feuer gleichen sie ihrer Schwester Arbeit ist ihr Zeitvertreib Die Munterkeit ihres Vaters belebt ihren Geist Die Enthaltsamkeit ihrer Mutter nähert ihre Kräfte Ihr Vergnügen ist nicht ausschweifend aber dauerhaft Sie schlafen wenig aber ruhig und sanft Reines Blut durchwallet ihre Adern und färbet ihre Wangen Ihr Geist ist nicht umwölkt und ihr Körper ist nicht von Krankheit geschwächt und entnervt aber die Kinder der Menschen wandeln nicht auf einerlei Straßen Sicherheit ist selten ihre Gefährtin Siehe da jene gesunde starke wohl gebildete Jünglinge bald werden sie ein Raub der Wolllust sein Auf ein elastisches Blumenbette hingegossen und mit Wohlgerüchen umduftet buhlt sie um ihre Freundschaft und stellt ihrer Tugend Fallstricke ihre Gesichtsfarbe ist schmachtend ihre Bildung voller Reize ein leichtes Gewand umfliegt ihre Lenden Geilheit entflammt ihre Augen Tücke und Verführung glüht in ihren Herzen Fliehe Jüngling Fliehe ihre verräterische Liebkosung verschließe dein Ohr vor ihren schlüpfrigen Reden wenn deine Augen mit den ihrigen zusammentreffen wenn ihre Zauberstimme deinen Ohren schmeichelt wenn sie ihre Arme um dich schlingt oh so ist es um dich geschehen du bist ihr Sklave und liegst in ihren Fesseln gefangen Schande Krankheit Elend Reue und Sorgen folgen dir nun auf dem Fuße nach und lauern auf jede Gelegenheit dich zu überfallen durch Üppigkeit entnervt und von der Wolllust in Untätigkeit eingewiegt fällst du in ein gänzliches erschlaffen der Zirkel deiner Tage Furcht macht feigherzig Hoffnung ist sinnreich der Feige gleicht dem verfolgten Strauß er verbirgt seinen Kopf und lässt seinen Körper der größten Gefahr ausgesetzt wenn Klugheit deine Wünsche begleitet wenn deine Hoffnungen nicht die Grenzen des Wahrscheinlichen übersteigen so sei standhaft und der Erfolg wird deiner Erwartung entsprechen komm und folge mir spricht die Weisheit ich will dich sicher zwischen den Gefahren durchführen welchen du auf dem Wege des Lebens ausgesetzt bist folge der unsichtbaren Hand die dich leitet schaue umher sieh hier zur rechten die Wohnung der Freude die Fröhlichkeit hat ihre Außenseite bemalt tausend lärmende Töne drängen sich zu ihren Fenstern heraus die Freude selbst steht unter der Türe und sucht jeden vorübergehenden zu sich hinein zu lachen aber hüte dich wohl Jüngling dich unter den Haufen dieser Gäste zu mischen sie nennen sich Söhne des Vergnügens sie lachen sie jauchzen sie singen aber ihre Freude ist Ausgelassenheit Tollheit und Raserei Elend und Verdruss ist an sie gekettet sie laufen ihrem Unglücke entgegen sie sind von Gefahren umlagert und ihre Füße schweben über einem Abgrunde schaue nun zur linken in diesem dunklen Zypressenwald durch welchen sich nie kein Sonnenstrahl hat durchstehlen können wohnt die düstere Melancholie trete nicht näher ihr hauch ist ansteckend er vergiftet die blüten die den garten des lebens zieren wähle den fuß steigt der vor dir ist vom himmel selbst gezeichnet führt er zur wohnung der zufriedenheit sicherheit umzäunet ihre gebiete und ruhe baut ihre felder hier wohnt der weise munter und ohne ausgelassenheit ernsthaft und ohne mürrische traurigkeit sieht er mit gleichem blick auf freude und verdruss herunter ein rasender sturm wind zersplittert die bäume und verheeret das land ein wütendes feuer durchwühlt die eingeweide der erde erschüttert die grundpfeiler der natur und verschlingt städte und länder verzweiflung durchheult die luft umher der weise steht unerschrocken sein fels wankt nicht und auch der donnernde gott ist ein gott fliehe den zorn rach dir gleicht der wut eines vulkans dessen schwefel rachen tod und verderben über die gegenden herumher ausströmt die rede der rach gierigen ist ein dolch der das herz des beleidigers durchbohrt aber auch den verwundet der ihn führt wage dich nicht in das mehr während des sturms handle nicht solange doch eine leidenschaft beherrscht nur ein tor wird von einem toren beleidigt der weise lach des ungegründeten spottes die hand des frühlings überdeckt die erde mit blumen so erfreut die wohltätigkeit die kinder des elends sie bietet ihnen eine hilfreiche hand an und streut samen der freude in ihr trauriges herz liebe erhöht die würde des menschen wer andere nicht liebt verdient selbst keine liebe lerne von jener blume siehe wie sich der tau auf ihren tropfen sammelt und die um sie herum stehenden pflanzen erfrischt und belebt erquicken danach sind die tränen des mitleids wende deine augen nicht weg von dem elend das die menschen drückt indes jener dürftige seine mattenglieder durch die straßen schleppt und jener sich kranke aus beklommener brust tiefe seufze herausholt während als hier ein unglücklicher in den qualen eines dunklen gefängnisses verschmachtet oder in entfernten ländern mit hunger schande oder mangel kämpfend herumirrt oder dort ein greis dem die zeit das haupt geglättet und die jahre den rücken gebeugt haben seine letzten kräfte anstrengt um sich bis zu der ungewissen hilfe des stolzes empor zu heben kannst du da wohl im schoße des überflusses sorgenlose tage dahin leben und bei dem gewinsel der dürftigkeit und dem anschauen des drückenden elends ungerührt bleiben wache über deine leidenschaften o jüngling verwechsel nicht luft mit liebe eine jungfrau die nicht der tugend frönt kann nur luft erwecken merke auf du tochter der schönheit und grabe in dein herz die lehren der weisheit tugend und unschuld kann allein deine reize erhöhen wie die rose wirst du durch sie auch nach den jahren der vollen blüte noch wohlgeruch aushauchen im frühling deines lebens wenn die jünglinge anfangen ihre augen auf dich zu richten und dir die natur das rätsel ihrer Blicke aufschließt als dann umschwebt dich große Gefahr sei Herr über deine Augen und verschließe dein Ohr vor ihren verführerischen Reden durchdringe dich von deiner Bestimmung Gott schuf dich um die Gefährten deines Mannes nicht um die Sklaven deiner Leidenschaft zu sein siehe jene Hausmutter die Freundin ihres Gatten Bescheidenheit färbet ihre Wangen Unschuld ist die Seele ihrer Handlungen Anmut ruht in jedem ihrer Züge Kein Haus hat für sie die Reize ihrer eigenen Wohnung sie ist mit Anstand und Geschmack gekleidet sie sorgt mehr für gesunde als für zahlreiche Speisen Reinlichkeit ist die größte Zierde ihres Hauses Munterkeit und Wohlwollen würzt ihre Gespräche Die freche Verleumdung verstummt in ihrer Gegenwart und selbst ihre eifersüchtige Nachbarin findet in ihr eine Schutzwehr ihres guten Namens Glücklich ist der Mann dem ein solches Kleinod zuteil wird dreimal glücklich die Kinder die sie Mutter nennen dürfen sie kennt beides ihre Größe und ihre Schwachheit sie ist Mutter von Geschöpfen Gottes was ist die Gefahr mit welcher sie ihnen das Leben gibt mit tausend Leiden und Gebrechen umzingelt ist sie stark durch die Liebe die ihr Herz zu Gottes Tempel schafft sie ist die Ratgeberin ihres Mannes durch Liebkosungen und Scherz lindert sie seinen Gram sie gewinnt sein Zutrauen durch Verschwiegenheit und Nachsicht und macht ihn zu ihrem Schuldner an Gefälligkeiten dreimal glücklich ist das Haus das ein solches Kleinod besitzt gehorche der Stimme der Natur mein Sohn und Aber entschließe dich nicht schnell sei vorsichtig und behutsam im Urteilen bedenke dass das Glück deiner Tage von dem Augenblicke deiner Wahl abhängt wenn du ein Frauenzimmer siehst deren Hauptbeschäftigung Kopfputz und Anzug ist die von ihrer Schönheit eingenommen nur für Süßigkeiten und Schmeicheleien Ohren hat die weder ihre Zunge im Zaum halten noch ihre Gier nach Zeit Vertreib und Ergötzlich Zerstreuungen hineinreißen lässt die in Gesellschaften buhlerisch und unverschämte Blicke um sich wirft wäre sie auch schöner als der Morgenstern blühender als eine Rose und weißer als die Lilien so entferne dich von ihr fliehe ihren Umgang meide den Weg den sie betritt und sei wachsam dass nicht deine Sinne mit ihr einig dein Herz in ihre Schlinge ziehen aber wenn du bei einer Jungfrau ein gutes Herz sanfte Sitten ausgebildeten Verstand mit Religion verbunden antriffst und eine Bildung die dir nicht missfällt wo so eile dein Schicksal mit dem ihrigen zu vereinigen sie sei deine Gefährtin deine Gemahlin deine Freundin sehe sie als ein unschätzbares Geschenk des Himmels an und feure nicht Liebe sondern verdiene sie sie sei die Herren im Innern deines Hauses lass nie deine Bitten in Befehle ausarten wie du es an Gefälligkeiten fehlen lässt wird sich ihre Achtung vermindern verweise ihre Fehler mit Güte und Sanftmut und widersetze dich nicht ohne Ursache in ihrem Geschmack sie teilt deine Sorgen so muss sie auch deine Vergnügen mit dir teilen mache sie zur Vertrauten deiner Geheimnisse und es wird dich nicht geräuen ihren Rat angehört zu haben bleibe dem Ehebett getreu denn sie ist die Mutter deiner Kinder wenn Krankheit sie da niederdrückt so ketten dich Pflicht und Mitleid an ihr Bette ein einziger Blick der Liebe wird ihren Schmerz lindern er wird ein Strahl sein der ihr Gesundheit verkündigt schone ihres Geschlechts ihr Bau ist zart habe Nachsicht mit ihren Gebrechen kannst du deine gezählen sei Vater dein Sohn ist ein Geschenk des Himmels ein anvertrautes Gut davon Rechenschaft geben musst von seiner Erziehung hängt das Schicksal deines Alters ab deine Schande ist es wenn er dem Laster freund und die Rechte der Gesellschaft verletzt deine Ehre ist es wenn er von Tugend umglänzt die Zierde seines Vaterlands ist er lerne gehorchen denn gehorsam ist Glück er sei bescheiden und Eifersucht und Tadel werden ihren Stachel verlieren er sei erkenntlich Dank Reiz zum Wohltun er sei ein Menschenfreund und wird sich gegen Liebe verdienen er sei gerecht du wirst ihn geachtet sehen er sei aufrichtig und man wird ihm auf sein Wort glauben durch die Mäßigkeit wird er den Krankheiten zu durch Klugheit wird er das Glück gewöhnen ihm nachzufolgen sehe in die Höhe mein Sohn und lerne von einem Vogel die schönsten seiner Pflichten siehe wie der Storch seinen alten Vater auf seinen Flügeln trägt wie er ihm einen Zufluchtsort sucht und für seine Bedürfnisse sorgt dies sei ein Beispiel für dein Herz die Ehrerbietung eines Sohnes gegen seinen Vater ist lieblicher als der Weihrauch den der Perser der Sonne opfert süßer als der Wohlgeruch den der warme Wind auf seinen Flügeln aus den aromatischen Ebenen der asiatischen Inseln trägt dein Vater hatte das Leben gegeben du warst der geliebte Gegenstand seiner Sorgen um den Weg deines Lebens zu ebnen und mit Blumen zu bestreuen hat ihm die Arbeit den Rücken gebeugt Ehre also sein Alter und Sorge dass sein graues Haupt im Frieden sich in das Grab hin lege dein Vater im Himmel wird dir durch deine Söhne den Lob dafür bezahlen lassen und ihr ihr Kinder verehret ihr denselben Vater haben euch dieselben Brüste gestillt oh so befestige Eintracht das Band das die Natur geknüpft hat und Friede und Glückseligkeit wird in eurem Hause wohnen soll euch verschiedenes Interesse trennen oh so erinnert euch immer des zärtlichen Bandes das euch vereinigt und keiner von euch ziehe je seinem Bruder einen Fremden vor die Fähigkeit des Geistes sind ein Geschenk des Himmels jeder hat das Maß dessen er bedarf hat er Weisheit in dein Verstande oh so teile gern dem Unwissenden mit von dir erwartet der Unterricht gehe mit erleuchteten Männern um und du wirst neues Licht erhalten der Weise trotzt nicht auf seine Einsichten und lässt sich gern belehren der Tor besteht hartnäckig auf seiner Meinung er weiß alles nur dass er ein Tor ist weiß er nicht er verrät sich durch sein überlastiges Plaudern und Hochmut füllt das Maß des Unsinns was sind denn unsere tiefsten Einsichten ist denn der hellste Verstand etwas anders als Finsternis der Weise kennt seine Fehler er beweist es durch seine Demut immer strebt er nach Vollkommenheit aber der Unwissende sieht mit Selbst Zufriedenheit durch das kleine Vergrößerungsglas seines Genies und hält den rohen Felsen den er wahrnimmt für lauter Gold und Edelsteine der Weise liebt den Reichtum als Mittel zum Wohltun er sucht den dürftigen auf er tröstet und hilft aber wehe dem Mensch Sohn der nur für sich besitzt und niemand sich seines Besitzes freuen lässt Du Günstling des Himmels du dem die oberste Gewalt über deine Mitmenschen anvertraut ist der du andere regieren und zu ihrem Glück regieren sollst bedenke die Wichtigkeit deines Amtes Purpur umkleidet dich ein Thron ist dein Sitz die Krone der Majestät umglänzt deine Stirne und das Zepter der Gewalt waffne deine Hand aber du selbst bist nur groß durch ihren rechten König der über Herzen regiert und für das Glück seiner Untertanen lebt ein guter Regent hört auf jede Klage er hält den Arm zurück der Wunden schlagen will er verabscheut Eigennutz Unterdrückung und Tyrannei er kennt keine Gefahr seine Untertanen schlagen eine Ehre Wagenburg um ihn her und vernichten die Anschläge des Eroberers sehe die Gesellschaft in welcher du lebst als deine Familie an es ist Pflicht und Klugheit das Band nicht zu zerreißen das die Vorsehung geknüpft hat siehe wie die bescheidene Rose die Luft umher mit Wohlgeruch erfüllt sie ist ein Bild des Menschenfreunds siehe wie der arme Mond das empfangene Licht dankbar mitteilt verehre in ihm einen Lehrer sei nicht zufrieden nicht Böses zu tun schon das Unterlassen des Guten ist Gerechtigkeit sei der Maßstab deiner Handlungen die Erde bekomme wieder was wir von ihr erhalten haben die Flüsse führen dem Meere das Wasser wieder zu das sie von ihm geborgt haben das ist das lebende Bild der Gesellschaft sei dankbar wenn du Wohltaten empfangen hast aber nehme keine von dem hochmütigen oder von dem geizigen an du vergeltest tausendfach und nie könntest du die Schuld abtragen weihe dich ganz der Wahrheit mein Bruder bleibe deinen Grundsätzen treu und weiche nicht vom Pfade der zum Lichte führt auch dann nicht wenn hohen Gelächter aus nahen Gebüschen dir entgegenschallt schaue den Stern an der dich leitet und du wirst des Schlangen gezisches nicht achten wenn die Sonne unseren Horizont erleuchtet wie anmutig und verschieden bemalt sie nicht jede Gegenstände und vermehrt unsere Erkenntnis entweicht sie unseren Augen so schmelzen alle Schönheiten in ein graues Dunkel zusammen habe Nachsicht gegen den Irrenden und hasche jede Gelegenheit ihn eines Bessern zu überzeugen fliehe den Heuchler er ist der erste der Bösewichter seine Reden sind ein Labyrinth das dich durch tausend Irrgänge deinem Feind in die Hände führt Er arbeitet im Dunkeln wie der Maulwurf aber wie er gräbt er in einer Erde die ihn verrät du Thor es kostet dich mehr Mühe zu verbergen wer du bist als das zu werden was du sein sollst aber wenn du dich am sichersten glaubst wird dir die Larve entfallen und du wirst in deiner jämmerlichen Gestalt mit Spott und hohen Gelächter belohnt werden der ohne zu wissen wovon er kommt und wohin er geht der Weise kennt den ganzen Umfang seiner Bestimmung und sieht seine Pflichten im Zusammenhang sein Blick durchdringt die Hülle die seinen Geist umschließt und sucht Licht und Kraft in den überirdischen Regionen der Himmelsbewohner Hum від An W 什么 S S S S S S S S Vielen Dank.